Schätzte Kunden, liebe Hobbygärtner, noch ein kleines Thema für den Frühling. Jetzt, wo es warmes Wetter kommt, wir haben überall in den Resen Schneeschimmel. Das sind die braugrauen Flecken im Rasen. Das ist ein Pilz, der kann entstehen, wenn es viel Schnee gibt, gewisse Feuchtigkeit auf dem Rasen ist, bilden es die braunen Flecken. Wie kann man dem entgegenwirken? Am besten ist im Frühling, ab April, wenn das Wetter wärmer ist, die Vegetationszeit einsetzt, vertikotieren und düngen. Der Pilz wächst sich aus. Jetzt im Moment könnt ihr noch nichts machen. Wir müssen ein wenig Geduld an, bis wir wirklich Frühling haben. Jetzt haben wir die ersten paar warmen Tage im Februar. Es geht sicher noch eine Weile, bis dann der Frühling sicher da ist. Besten Dank und einen guten Tag. Dann legen wir mal zurück. in der Frühling Was? Das ist das Bakrnisch. Ich bin Danach.